Hallo Leute, liebe Geschwister. Gott, der himmlische Vater, ist genial. Er hat von mir Gebetsehörungen übernommen, also Taten. Ein Gebet ist eine Tat. Und hat sie umgewandelt in das, was es ist. Wir sind frei von allen, vom Sündenfall kommenden Krankheiten. Und noch viel mehr. Fragt den Heiligen Geist und Wahrheit. Fragt wirklich den Heiligen Geist und Wahrheit. Heute präsentiere ich euch auf Geruchsfeuer, wo ich immer sage, Welcome to my world, we'll snatch you with my world, my world erfordert den letzten Kononzen an der Parfum in Alex Drey. Ich spreche den Sandman der Duftnamen. Pure Musk von Avnan. Dieses hier. Es riecht pudrig und nach puren Moschus, wie der Name schon sagt. Es ist ein exzellentes Eau de Parfum. Und ihr könnt es nachkaufen auf Notino, wenn es noch vorhanden ist. Oder ihr gebt einen auf Google Avnan. Pure Musk. Pure Musk. Und ich werde jetzt auf Frau Krantiker eingeben, Avnan. Das dauert ein bisschen. Habe ich schon. Es ist, wie ich schon sagte, Moschusartig. Dann laut der Meinungsumfrage, dann Pottery und dann Floral. Dann blumig. Pudrig und dann blumig. Und Moschusartig. Pure Musk von Avnan ist ein blumiges, holziges, Moschusartiges Parfum für beide Geschlechternorten im Parfum Jahr. Es ist eine neue Frequenz. Es ist entstanden in 2022. Erhältlich. Top Notes Top Notes Top Notes Top Notes Moschus The White Mask and Floral Notes Middle Notes Also Moschus The Base Notes Natural Mask Naturelles Moschus Dieses hier. Und mehr als das könnt ihr nicht erhaschen. Fragt den Heiligen Geist und Wahrheit. In Bezug auf alle Glaubensideos von mir. Und dieses Eau de Parfum was ich gerade hergezeigt habe würde ich euch empfehlen nachzukaufen. Überprüft euren Kontostand kann ich euch noch ans Herz legen. Und ja empfiehlt meinen Kanal weiter bitte und ähm wer meinen Kanal abonniert hat danke ich für die Treue die er mir gibt wenn er ihn weiterhin weiterhin beobachtet. Also dankeschön Tschüss Baba das war's Manuel Celos City All in 59 The Sandman Tschüss